... nicht von Beginn an gebracht, sondern dann eingewechselt, aber am Ende, glaube ich, ist es noch gar nicht. Das ist mehr als eine Schichtsschminke und da hat Toni Groß gestern was dazu gesagt, die durchaus sehr schwierige Spiele bei dieser Europameisterschaft, also gegen Ungarn war es ja kompliziert. Die Dänen in der Mitte sind wichtig. Wichtig ist, dass man es eben schafft, für eine Superzahl im Mittelfeld zu sorgen, um die Stimme an sich zu reißen, weil sowohl die Spanier, als auch die Schiene in den Ball haben, und wer dann über die Außenposition sprechen, glaubt wohl nicht aus, dass das Zentrum relativ entscheidend sein wird. Und da gilt es dann natürlich darum, die Richtung... In Sorkund war die Stimmung fantastisch und in Stuttgart war sie es eben auch. So hat man ja schon mal gespielt, gegen die Ungarn 2 zu 0 gewonnen in der Vorrunde...